Einen wunderschönen, verschlafenen guten Morgen. Wie lange habe ich schon nicht mehr auf den Schulbus gewartet? Und so schnell kam er nie. Morgen zusammen! Morgen! Guten Morgen! Wer sagt hier, Herr Gatzke, ich krieg Angst! Und hier sind wir schon, an der Schule, die mich zu dem gemacht hat, was ich bin. An der Felsenmeerschule. Und die schaue ich mir jetzt mal genauer an. Hey! Ah, wunderbar. Hallo Carina. Tag. Hallo. Grüß dich. Du zeigst mir heute meine alte Schule. Wo müssen wir hin? Zum Schulleiter. Direkt da. Oh ja, zum Schulleiter. Okay, dann los. Soll ich dich schieben? Oder ist ein E-Rolli? Nein. Fährst allein. Alles klar. Gut. Das war alles neu hier, oder? Der Teil. Ja. Genau. Also ich ziehe die Wahl. Da gab es nur einen kleinen Teil der Schule. Moment. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Alles klar. Ach 10. Sehr gut. Hallo. Hallo Carina. Ich habe Ihnen hier den anderen mitgebracht, der möchte sich mal ganz gerne in die Schule angucken. Hallöchen. Das ist aber schön. Das ist nämlich ein ehemaliger Ziel von uns. Äh, hat man schon gehört. Vielleicht. Ja. Okay. Alles klar. Gut. Wir gucken uns um. Ja? Ja. Und was macht ihr hier? Wir machen Unkraut weg. Unkraut? Ja, soll ich helfen? Ist das Unkraut hier? Nein. Nein. Okay. Und? Habt ihr schon was gefunden? Ja, eine Schnecke. Na ja. War ja klar. Keine echte. Aber ein echtes Schneckenhaus. Ja. Ja. Und woraus ist die Schnecke hier? Aus Fels. Fühlt sich aber gut an. Kann ich die mitnehmen? Nein. Nein. Okay. Dann behaltet ihr die? Ja. Ja. Danke euch. Bis später. Danke. Bis später. Gut. Weiter geht's, oder? Ja. So. Hier muss ich jetzt wieder arbeiten. Äh, arbeiten in der Schule? Ja. Hier ist jetzt zum Beispiel die Zeitungsgruppe. Du bist in der Zeitungsgruppe? Ja. Und du schreibst jetzt einen guten Artikel über uns, oder? Ja. Alles klar. Danke dir. Carina, bis hier. Tschüss. 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 Hey André, komm schnell hier. Ich hole uns nach Polen. Sonst wird er gleich wieder durchgerufen von den E2A. Wohin? Wohin? E2A. E2A. Ja, nichts vergessen. Einmal Zivi, immer Zivi. Äh, tschüss. Tschüss. So, keine Sorge, ich hab noch ein bisschen Obst geholt. Lasst es euch schmecken. Danke euch. Bis später. Tschüss zusammen. Tschüss. Wenn das mal nicht hier der Musikunterricht ist. Wow. Einen schönen guten Morgen zusammen. Hallo. Wow. Lass mich raten, Musikunterricht, oder? Ja, richtig. War ja klar, ich wusste es. Alles klar, tschüss zusammen. Viel Spaß. Können weitermachen. Tschüss. Boi. Kann ich mitspielen? Ja. Komm, komm. 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 Ja. 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 Ah. Ja. Hallo, ey. Hallo. Wo müssen sie denn hin? Ja. 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 Nicht verraten, ich muss mich verstecken. Wo musst du denn hin? Zur Therapie. Zur Therapie, ich komm mit, okay. Alles klar, wie heißt du? Tim. Tim, okay. Tim und ich gehen jetzt zur Therapie. Wo lang? Hier runter? Ja. Okay. Nicht so schnell, nicht so schnell. Warte, 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 warte. Ja, sehr gut. Und viel Spaß beim Monster abschießen und Tim, wir gehen nochmal weiter, oder? Ja. Alles klar, so tschüss, 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 tschüss. So, warte, tschüss. So, da ist schon jemand drin. Äh, hallo, hallo ihr, na, wo wollt ihr denn hin? Zum Reiten. Ihr wollt zum Reiten? Ja. Oh, komm, dann gehen wir mit. Ja. 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 Komm, wir gehen mit. Nein. Nein. Habt ihr noch einen Helm für uns? Nein. Ne? Nein. Nein. Aber ich hab einen Dickschädel, das geht so, oder? Nein. Du musst hier in deine Klasse? Ja. Okay, kann ich mitkommen? Hm. Wo ist die drin? Wohin muss ich? In die 3A. Ich muss in die 3A. Und wo ist die 3A? 3A ist daneben. Daneben. 335. 335. 335 Meter, Raumnummer, äh. 335 Meter, Raumnummer, äh. Wie heißt du? Jonas. Okay. Guck mal, hier sieht man. Und erst hat das hier? Soße. Achtung. Mein Einkaufszettel, die wie zu Nudeln schnarrte. Jaaaa. Jaaaa. Nicht schlecht. Alles klar. Jonas, tschüss. Tschüss ihr. Tschüss, 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 tschüss. 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 So, hab da noch einen Wagen über. Riecht schon mal gut. Na, aus, schlaf. Hallo zusammen. Wir spielen. Ein Spiel. Beim Spielen bin ich immer dabei. Darf ich mitspielen? Ja, gerne. Okay, danke. Was seht ihr denn hier? Ich sehe Wanda, ne? Genau. Wunderbar. Tschüss. 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 Alles klar. Tschüss. 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 Hi Carina, Tag. Ja. Hier ist echt ein schönes Plätzchen. Ja. Ja. So einen bunten Baum. Ich habe Sachen an der Schule. Da hängen alle Namen von den verstorbenen Schülern und Lehrern. In den Pausen. Jeder, wer möchte, kann hierhin kommen. Ich bin total begeistert, dass man hier so einen Fleck hat, wo man dann nochmal an Freunde, die nicht mehr hier sind, denken kann, oder? Ja. Echt ein schöner Ort. Den gab es früher, als ich Zivi war noch nicht. Genauso wie viele andere Sachen, die ich mir jetzt nochmal angucke. Ja. Dir noch einen schönen Tag. Danke dir. Und tschüss. Das war's klar. Tschüss. Danke. Hallo. Hallo zusammen. Schuhe aus. Achtung, die springen auch. Achtung. Wer kommt hinter? Ich glaube, ihr springt höher. Gar nicht so einfach. Es geht ganz schön auf die Oberarme. Was macht ihr denn hier? Das sind Schaukugel. Das sieht aber sehr gemütlich aus. Das ist super. Ja. Am Strahlen, am Lächeln. Cool. Alles gut? Geht's dir gut? Dann macht ihr mal weiter. Viel Spaß. Bis später. Danke. Das nenne ich mal leisen Unterricht. Man hört nichts. Alle sind konzentriert und bei der Arbeit. Arbeit. Ja. Es ist so leise, weil keiner da ist. Wir haben uns auf den Weg. Wir haben uns auf den Weg. Gut. Ah! Ah! Wer war das? Hey, seid nicht verrückt. Mit Popper, du bleibst länger weg, was? Tschüss. 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 Das gibt's doch nicht. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, irgendwie... Wie war's? Alles wie früher. Ja, sehr schön. Nur halt irgendwie später. Alles klar. Ja, vielen Dank, dass ich mir das alles nochmal angucken durfte. Sehr gerne. Zum Schluss würde ich ganz gerne nochmal das machen, was ein CV nach Feierabend immer so gemacht hat. Sehr schön. Dann mach das doch. Genieß die Schule noch ein bisschen. Alles klar. Ja, vielen Dank. Ja, bis denn. Alles klar. Tschüss. Haha! Ja. Das sind wirklich das Ziel, wo ihr auch immer macht. Man wollte oder nicht. Ich glaube, manche sind auch unfair bei den Fragen gewesen. Haha! Deutschland. Ja, ich habe nicht das Ziel, wie ich ein bisschen probiert habe. Ganz sicher zu sein. Ja, wenn, was das hier? Ja, ich glaube, das ist ja wie auch immer. Das ist ja hier. Das ist ja hier. Ja.